Grüß euch Leute, Servus! Servus! Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Ja, wir haben ein bisschen weiter gebaut. Wie ihr seht, wir haben das Lager gebaut. Und alles können wir ein bisschen außerhalb von Videos machen. Sonst können wir nicht weiter. Was ich noch sagen will, insgesamt freut es extrem, dass ihr die Videos anschaut und liked es. Und es werden auch auch mehrere Videos kommen. Und immer und immer wieder. Und heute, der Philipp ist ja auch wieder mit dabei. Und wir gehen heute in einer Folge Fichtenholz farmen. Weil das nächste Projekt, das wir bauen wird... Daniel? Ja? Ich glaube, wir müssen die andere Seite, wir werden da unten kommen, wo es kommt, das ist ein Holz. Ich glaube, wir müssen da unten wo... wo... Wie jetzt! Ja, genau! Wie ihr seht, wir werden das nächste Projekt bauen wir nachher mit Enk. Ja. Da die haben wir jetzt mal genug zugefarmen, weil... Sind schon mal nix. Ach hat's, Philipp? Komm gleich. Ja. Ja, jetzt muss ich die mal wieder finden. Wie im Wasser nehmen... Nehmen sie ein Getreidefeld. Wie ist denn da? Wie ist denn da? Ja, wie ist denn da? Ja, wie ist denn da? Und da die andere Parkbase. Und so. Ich bin jetzt da, bei der ganzen Dingsbahn da. Ja, ja. Wie lange holzt. Ich hab da gerade einen Schistick gefunden. Ich hab da gerade einen Schistick gefunden. Ach, so eine Krönung, ich kann sagen. Ja. Auch wenn Wolle fehlen das. Oder Schaf. Einfach alles mitnehmen. Wolle brauche ich auch. Wolle hab ich genug. Hab ich ja heute gerade die Schafeln abgeschaut. Passt. Das muss ja eh wieder oben die Kisten ein da. Ah, unten halt. Weil ich da das aber auch unter die Kisten reiche. Ja, ich da das nachher so aus das Lager dann sortieren. Ah, da sind schöne Bäume. Und gleich wenn du da oben hast, gleich im gleichen Platz darf das wieder platzieren. Ah, jetzt ist die Axt hin. Ja, ich muss jetzt warten. Ja, das ist ja ein Achenholz, was ich da habe. Auch ja, Achenholz. Du hast zu mir gesagt, das ist jetzt dunkel. Nein. Ich hab ja gesagt, du hast ja einen Haufen Setzlinge von den Achen. Ach so, nein, ich will versuchen. Du willst ja auch Fichten. Nein, Achen, ich will nicht mehr versuchen. Passt schon. Achenholz. Sorry. Wo sprachst du jetzt? Hä? Achenholz. 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 Ja, wir verdauen's auch nicht. Ich will nicht die Sonne. Nein, dann schnappe ich mir jetzt. Ich will nicht die Sonne. So, jetzt bist du. Ich darf jetzt mal fahren, meine Kivilomische. Wieso? Ich bin live vorsichtig. Ich will gleich die ganzen Setzlinge da sammeln wieder. Kann ich gleich wieder platzieren. Zack. 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 Ich muss ordentlich aufwählen wieder, die Lager Nein, für das nächste Projekt, da geht viel zu übertragen Nein Warum muss ich sagen, Fein? Was sagt? Warum muss ich sagen, Fein? Ah ja, das war Fein Mein Dom, ich geh Ich geh glaube, der Setzlinger farmen, also jetzt alle aussuchen Die könnten wir noch auf der Insel ganz normal wieder platzieren Ja Ich sag, die Insel ist gerade perfekt da, für die Bomber Mö, das passt eh gut Mö, das passt eh gut Mö, das passt eh gut So, noch den nächsten Baum Mö, das passt eh gut Ja Wieso hast du wieder ein Skelett? Was sagst? Entweder habe ich Paranoia, oder hast du wieder ein Skelett? Die Inhalte Die Inhalte haben wir nicht Ich glaube, wir haben Paranoia auch schon wieder Oh, den Fisch holen wir jetzt gleich Ein bisschen Fischfarmen für Fleisch Egal, wie es läuft Inhalte Ich werde euch mich den Fisch jetzt Was wird Er Ett Was Ein Ding Bescher Wir 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 Oh, jetzt haben wir noch viel Fleisch wieder. Was tut jemand? Ja, Fisch. Äh, Fisch kannst du nicht mehr essen. Ich hasse Fisch. Ah, sie sind so mehr Bissen als nichts. Alles was wir haben bis Gold wert. Wieviel Fisch habe ich jetzt dabei? Wieviel Fisch. Ist das der Angel oder wer? Nein, ich tauche hoch und mache es mit dem Schwart hin. Wie wär da? So, dann setzen wir die Reste für Barmutter auch noch her. Ja. 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 Gut. Es geht schon wieder dunkeliger zurück. Nein, ich werde auch abbauen, wer den noch zurückfindet. Ja, da ist ein Öpfe, den nehmen wir mit. Jetzt werde ich gleich eine eigene Lagerkiste wieder bauen. Äh, fürs Essen machen, das mache ich jetzt gleich. Und wir haben so viel Zeug da überall rein. Ja, unten der große Kiste wird das Zeug eigentlich über die Gluten. Ja, passt schon. Weil wenn ich mal schnell ein brauche, dann weiß ich wo hingreifen, und da hin gehts. Ja, da sind Sachen rein, die sie nicht so gemilcht stehen. Und dann halt mit dessen Stehren haben. Wo? Oben. Oben? Nein, da oben schon nicht. Spinnenaugen kann ich dazu. Samen kann ein dazu. Die Samen zum Ansaunen, Entschuldigung. So. Weiß ich wohin. Und dann kann ich da rein. Die Samen selbst. Und dann muss ich zu dem Kiste sein. Und dann muss ich den Kiste sein. Und dann muss ich da rein. Und dann muss ich das hier rein. Und dann kann ich das hier rein. Und dann ist das hier rein. Da sind noch mal 50 Stück drin. Schau mal aus wie viele Zombies da sind. Durch ein Fenster. Aber was lasse ich? Nein, ich geh da. Ich geh schlafen. Ich muss lieber in die Haier gehen. Haier, Haier. Da sind die Haier. Im Lager wäre ich jetzt Dings machen, Philipp. Zwei Küsten, ja. Zwei Küsten Bruchstuern. Oder drei... Ja, zwei Küsten Bruchstuern. Einmal so ein bissel... Ich mag's große Küsten. Ja, mach ich. Ja, noch gelangen der Zwei Küsten. Ich krieg mir viel viel unten. Zwei Küsten Bruchstuern, zwei Küsten... Äh... Puls. Zwei Küsten Bruchstuern. Ja. Das ist eben verschieden. Ja, ich lass sowieso die, die das machen, weil du bist ein Locker-Experte. Da bist du, Screeper. Da bist du dumm. Da bist du, Screeper. Da bist du dumm. Warte, dein Schnapp, wie möchtest du denn? Ich helfe dir, weil das ist glaube ich kein Anno-Sysphorisch. Ein Zauberer. Nein, das ist ein Händler. Warte mal. Ah, wie gerätst du das? Au! Kannst du driften? Nein, das ist ein Zauberer. Ich bin verstehn. Was mache ich jetzt? Ich muss schnell ins Haus rumlaufen. Au! Was mache ich? Warte, ich noch halbes Herzl. Ich habe noch eine halbe. Ich muss etwas... Ich muss auch meine Äpfel schon wieder. Ich habe gleich einen Äpfel hinter aufgeklappt. Ich habe bei dir gesprudelt, das Gift noch bei mir nicht mehr. Ja. Ja, ich habe noch halbes Herzl. Was denn? Ich habe zuerst gemeint, das ist ein Händler, aber das ist ein Zauberer. Jetzt spart er genau das. Nehmen wir jetzt gleich... Nehmen wir den. Dies nehmen wir mit. Grillen. Ich werde jetzt gleich mal bei meinem Lager eine Tierrecher bauen. Ähm... Ah, Tier habe ich gar nicht mehr. Nein, ich habe schon noch dabei. Also... Ich habe jetzt einmal sieben Fische. Spinner! Ja, kannst du ruhig! Du kannst ruhig alle grillen, ne? Was sagst du? Du kannst alle Fische auch grillen, wenn du möchtest. Ja, alles. Ich habe jetzt einmal sieben gemacht, damit ich einmal drei oder vier Stück essen kann. Die restlichen lasse ich da hinten. Damit gleich etwas griffbereit ist. So, die Kiste, jetzt habe ich einmal einen Haufen Eichenholzbräter. Hast du das Eichenholz auch noch dabei? Was habe ich? Was habe ich? Seichenholz. Hast du das noch dabei? Ah, ich glaube schon, ja. Kannst du mir das einmal geben? Ich passe hier in der Kiste rein. Ja. Und einmal 64 kriege ich noch mit. Dann gib mir das einmal, dann könnt ihr gleich zu Holz vorarbeiten. Bräter. Was soll ich denn geben? Seichenholz. Ah, warte nicht eine Sekunde. Ich möchte mich nicht in den Fisch rausnehmen. Töne mir nachher gefallen. Wenn du irgendwas brauchst, ein Stück oder was, nimm du die Dings hier, das Birkenholz zu stellen. Ich nehme sie sowieso aber her. Ja, aber das Birkenholz haben wir hier mehr als genug umgebracht. Sollen wir vorarbeiten den jetzt gleich. Kommen wir mit. Hä? Sagst du mal in der Kiste jetzt eigentlich? Jetzt haben wir mal ein paar Bretter. Fickt. Perfekt. Ja. Da kannst du einen ganz netten Erdreiche ziehen da oben. Und da oben habe ich alleine die Erd, weil... Wenn die Erd einmal voll ist... Ich darf dann ein bisschen die Schüttel machen. Ja, kommen wir noch später, Philipp. Ach so? Ich habe schon geplante Schilder, die kommen aber noch später. Ich werde jetzt einmal mein Getreidefilter abbernten. Dann werde ich einmal ein, zwei K weg da. Und fackern und wieder vermehren lassen. Aber Leute, die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, jetzt schon wieder vorbei. Geht so schnell. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Verwertung da. Datensag freien. Ja. Macht es weiter so und ich werde sagen... Wir hören uns in der nächsten Folge. Servus! 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 Servus!